Casting ist der Hauptbestandteil der geheimen Formel des großartigen Filmemachens. Im besten Fall kann ein bestimmter Darsteller, der die Rolle eines bestimmten Charakters darstellt, sein Teil zu einem Franchise-Phänomen beitragen, aber die wahre Magie liegt im Zusammenwirken mehrerer Schauspieler. Es gibt keine X-Files ohne David Duchovny und Gillian Anderson. Und was wären die ursprünglichen Star Wars-Filme ohne die Synergie von Mark Hamill, Carrie Fisher und Harrison Ford? Aber manchmal muss ein Schauspieler gehen. Es ist schrecklich für den potenziellen Star anzuschauen, wie die Rolle Teil eines massiven Volltreffers wird, während der Ersatz die Lorbeeren einheimst. Und es ist genauso schlecht für die Schauspieler, die sich freiwillig der Rolle ihres Lebens entziehen und nie wieder gesehen werden. Der Herr der Ringe ist ein weitläufiges Epos ohne einen einzelnen Protagonisten. Der entscheidende Punkt der Filmtrilogie ist, dass die vereinte Kraft und Geschicklichkeit vieler erforderlich ist, um den dunklen Lord Sauron zu überwältigen. Abgesehen davon gibt es einen Charakter, der als der mächtigste Held des Films hervorsticht. Ein großer Krieger, der auch der Erbe des mächtigsten Königreichs in Mittelerde ist. Aragorn, Sohn von Arathorn. Diese Art von Rolle kann aus einem Unbekannten einen weltweiten Superstar machen. Und genau das war sie für Viggo Mortensen. Was für Stuart Townsend nur schade ist, der als der Mann, der beinahe Aragorn gespielt hätte, immer in Erinnerung bleiben wird. Wenn man sich überhaupt an ihn erinnert. Townsend war die erste Entscheidung von Regisseur Peter Jackson, den Mann zu spielen, der König von Gondor sein würde, aber er wurde nach nur wenigen Drehtagen entlassen. Laut Jackson war Townsend einfach zu jung, um den Veteranenkrieger zu spielen. Bis heute steht Mortensen für die Figur, und der arme Townsend, er hat hier und dort ein paar Rollen bekommen, aber ansonsten ist er nur ein weiteres Opfer des Ringkrieges. Sie wurde zu einer der größten und einflussreichsten Fernsehserien, aber Game of Thrones war nicht immer eine sichere Sache. Um zu versuchen, die Bücher auf dem Bildschirm zu bringen, bestellte HBO eine Pilotfolge, bevor der Rest der Serie gedreht wurde, und es war eine Katastrophe. Glücklicherweise entschied sich HBO für das Projekt. Alte Szenen wurden geschnitten, neue Szenen geschrieben, Regisseur ersetzt und mehrere Mitglieder der Besetzung ausgetauscht. Von der letzteren war keine bedeutender als die Neufassung von Daenerys Targaryen, einer der wichtigsten Figuren der gesamten Story. Thameson Merchant spielte die Rolle im Piloten, aus unbekannten Gründen wurde Emilia Clarke jedoch an Bord gebracht, um ihren Platz einzunehmen. Game of Thrones wurde zu einer der erfolgreichsten Serien von HBO. Clarke übernahm die Hauptrolle in allen Bereichen, von romantischen Komödien bis hin zu Star Wars, auch wenn sie weiterhin die Mutter der Drachen spielt. Merchant hat in der Zwischenzeit kontinuierlich gearbeitet, wartet aber immer noch auf ihren großen Durchbruch. Back to the Future war schon immer ein verrücktes Konzept. Ein zeitreisender DeLorean vereint in den 50er Jahren einen Teenager aus den 80er Jahren mit seinen jugendlichen Eltern. Es ist also viel Unfug vorprogrammiert. Er wurde zum bestimmenden Film des Jahrzehnts und verwandelte Hauptdarsteller Michael J. Fox in einen Superstar. Aber Fox war in der Zeitleiste nicht vorhergesehen, da er nicht der ursprüngliche Martin McFly war. In der Tat hatte Eric Stolz bereits wochenlang in dieser Rolle gedreht, bevor er vom Regisseur entlassen wurde. Fox wurde ein Begriff, während Stolz sich im Fernsehen und in Indie-Filmen fest etablierte. Er erhielt 1985 eine Golden Globe-Nominierung für die Maske, aber bei all dem Talent hatte er nie die Starpower eines zeitreisenden DeLorean. Ich glaube, ihr seid noch nicht bereit für das. X-Man brachte die moderne Welle der Superheldenfilme auf den Markt, als er im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. Und obwohl es in diesem ersten Film schon einige der Titelhelden gibt, war keiner populärer und beständiger als Wolverine. Der Kanadier mit Zigarre war schon immer ein Comic-Favorite, daher war es absolut wichtig, dass der Charakter mit dem richtigen Schauspieler besetzt wurde. Deshalb wählten die Filmemacher Dogry Scott. Der schottische Schauspieler war zu dieser Zeit ein Unbekannter, aber da der gesamte X-Men-Film mit relativen Neulingen besetzt wurde, schien er eine gute Wahl zu sein, um die raue, lebende Waffe mit dem Adamantium-Skelett zum Leben zu erwecken. Das einzige Problem war der Film, der ihn überhaupt erst angesprochen hat, Mission Impossible 2. Der Film lief angeblich über den Zeitplan hinaus und zwang Scott, bei diesem Projekt zu bleiben. Stattdessen wurde Hugh Jackman besetzt, der Beginn einer langen und erfolgreichen Karriere in und außerhalb der Superheldenfilme. Scott hat im Laufe seiner Karriere noch nie genauso viel Ruhm erlangt. Was die paar Krallen für ihn gebracht haben könnten, werden wir nie erfahren. Als James Cameron den ersten Terminator-Film schrieb und inszenierte, war er ein Niemand. Bis zu diesem Zeitpunkt war seine größere Regieleistung Piranha 2, ein Film mit Lance Henriksen, während dessen Dreh Cameron gefeuert wurde. Cameron mochte Henriksen und sah ihn als Cyborg für Terminator. Doch dann kam ein österreichischer Bodybuilder namens Arnold Schwarzenegger, der gerade bei Conan der Barbar die Hauptrolle gespielt hatte. Mit seiner bloßen körperlichen Präsenz war er die offensichtliche Wahl, den Terminator zu spielen. In jeder Hinsicht war Terminator der Film von Schwarzenegger, der ihn in den oberen Bereich der Actionstars des Jahrzehnts drängte. Henriksen hatte im Laufe der Jahre einiges zu tun, wenn auch nur in Charakterrollen, die keine coolen Sprüche oder Fortsetzungen in Millionenhöhe beinhalten. Quentin Tarantino ist einer der akribischsten Handwerker der Branche. Er schreibt seine eigenen Drehbücher und weiß genau, wie er sie drehen möchte. Tarantino weiß, dass eine Szene perfekt abgestimmt werden muss. Dazu gehört auch das perfekte Casting. Michael Madsen zeigte eine bemerkenswerte Performance als Mr. Blond in Tarantinos Film Reservoir Dogs. Als er damit begann, die Liste für Part Fiction zusammenzustellen, rollte Tarantino Madsen zurück. Madsen musste die Rolle zugunsten einer Rolle in Kevin Costners Western, Wyatt Earp, das Leben einer Legende ablehnen. Das machte damals womöglich Sinn. Costner war ein etablierter Star, deren Tarantino noch ein Indie-Filmemacher war. Anstelle von Madsen wurde John Travolta als Vincent Vega gecastet. Genau das brauchte Travolta. Für seine Karriere erhielt er eine Oscar-Nominierung und neuen Aufwind. Wyatt Earp ging in dessen nirgendwo hin. Madsen hatte eine beeindruckende Menge an Erfolgen, hatte aber nie die Art von Ruhm angezogen, die Travolta nach Pulp Fiction genossen hat. Megan Fox war noch weitgehend unbekannt, als sie in der Hauptrolle von Michael Bayes Film Transformers aus dem Jahr 2007 auf die Leinwand kam. Der Film war ein großer Kassenschlager, und Fox wurde ein Weltstar. Ihre Rückkehr in der Fortsetzung von 2009, Transformers die Rache, festigte ihren Status als eine der heißesten neuen Stars des Blockbuster-Kinos. Es war für sie kein anderer Weg offen als der nach oben, bis alles zusammenbrach. Fox wurde aus dem dritten Film Transformers Dark of the Moon kurzerhand gefeuert. Ursprünglich beabsichtigte sie, zurückzukehren, wurde jedoch rausgeschmissen, weil es zu schwierig war, mit ihr zu arbeiten. Außerdem auch wegen ihrer Kritik an Baye. Während die neue Hauptdarstellerin technisch einen brandneuen Charakter bekam, war es immer noch die Freundin von Shia LaBeouf's Held, praktisch dieselbe Rolle. Die Karriere von Fox war seitdem nie mehr dieselbe. Ihre prominentesten Auftritte waren in der neu gestarteten Teenage Mutant Ninja Turtles-Serie und dem unglücklichen Jonah Hex. Ansonsten hat sie nicht viele Hauptrollen in Filmen, Blockbustern oder anderem bekommen. Manchmal ist es nicht nur das Ersetztwerden, was die Karriere kaputt macht, es sind auch die Gründe, warum. You know, I tell it like it is. Matthew Modines Filmkarriere heizte sich gerade in den früheren 80er-Jahren auf. Er schien ein großartiger Kandidat zu sein, um in einem neuen patriotischen Actionfilm mit dem Titel Top Gun mitzuspielen. Aber Modine entschied sich dafür, das Angebot abzulehnen, da er sich unwohl fühlte mit dem, was er für einen unverhohlenen militärischen Film hielt. Stattdessen ging es an Tom Cruise, der seine Leistung als Einzelgänger nutzte, um eine der erfolgreichsten Filmekarrieren der Geschichte zu starten. Cruise wurde zu einem der größten Stars der Branche, und Top Gun war der Wendepunkt, der Film, der sein Leben für immer verändert hat. Modine hatte nicht das gleiche Glück. Er hatte selbst eine beeindruckende Karriere hinter sich und hatte in einer langen Liste von Projekten, zu denen Full Metal Jacket und die Netflix-Serie Stranger Things zählen, gefeierte Auftritte gezeigt, aber er ist viel weniger bekannt, als wenn er diese schicksalhafte Rolle angenommen hätte. Er lehnte Top Gun aus Prinzip ab, und es hatte seinen Preis. Was für eine eigensinnige Sache! Vielen Dank.